ARD Text im Auftrag von Funk Dann die Holzplanken habt ihr auch gesehen, oder? Oh, Moment Das ist jetzt wieder Wüstengebiet Oh Oh Das war aber gemein Was ist denn das hier für eine Statue? Wandkriecher-Statue Ihhh, das ist eine Schwinde, oder? Oh, eine Leuchtpistole Alles klar Ah, frisst das Hier Ja, brennt Ich fürchte, Tote Zerstörung Ist nicht der eigentliche Sinn einer Leuchtpistole Das ist mir egal Noch mehr Blei Okay Okay, ich brauche Licht auf dem Weg nach unten Wir sehen, was wir hier noch so alles finden werden Hauptsächlich Wasser und Kupfer Oh Mann Ich hasse Wasser Boften, der Sprengmeister ist angekommen Sehr schön Der Waffenhändler müsste doch jetzt auch auftauchen Da wir die Leuchtpistole gefunden haben Na gut Gehen wir noch mal runter Habe ich die jetzt Alle weggeworfen Oh Mann Ich bin auch ein Genius Was haben wir denn hier für eine Höhle? Was ist das für ein Hintergrund? Ich weiß nicht, was du bist Aber du bist mir unsympathisch Ich gehst erstmal raus aus dem Wasser Und ich sollte einen Trank nehmen Was ist das für eine Höhle? Ich habe mich zu Tode erschrocken Oh, diese verdammten Felsen Oh Mann Hier Spinnen-Stator kannst du schön behalten Damit will ich nichts zu tun haben Ich will aber Statokatze auch haben Und die Druckplatte Die brauche ich auch nicht Vielleicht gibt es mir ja nicht mal was Die Person brauche ich auch nicht So Na gut Habe aber trotzdem ganz schön Schluss gemacht Was Erze vor allem Dinge angeht Sehr schön Oh, drei Gold Was können wir noch verkaufen? Ähm Ja, Tränker Na komm Dafür will ich jetzt noch Genug Zeug sehen Ah, Mist Komm, komm, komm Ist doch nicht wahr Wie schwer ist es denn noch Ein Goldstück zusammen zu bekommen? Was haben wir denn hier noch Was wir verkaufen können? Hier, Bomben können wir verkaufen Zwei von den Ketten Zwei Gläser verkaufen wir mal Wie die Aschen können wir verkaufen Na komm Jawohl So, vier Goldstücke daher Dankeschön So, jetzt brauche ich auch Das sagen die Rüstung Die gebe ich dann erstmal dem Gyrol Können wir Erze sparen Indem ich erstmal ein klein wenig ohne Rüstung laufe Na gut Was ich jetzt machen kann Was ich jetzt machen kann So, dann haben wir hier auch einen funktionablen Weg nach unten Schön beleuchtet Verdammt Das war es nicht, was ich wollte Ich wollte noch ein Kleines Hüttchen hier drum herum bauen Damit da niemand aus Versehen reinfällt Hier machen wir die Tür hin Hier hinten soll dann sowas wie eine Treppe sein Gut Und Ent야지 Ahem. Das wird dann unser Zentralabstieg. Das wird dann schon. Das war's für heute. Das war's für heute. Und vielleicht den Hintergrund. Okay, für mich bräuchten wir vielleicht noch etwas Holz. Hier machen wir dann nochmal die Sonnenblumen hier an die Seite. Sehr gut. Dann haben wir's doch schon mal und dann werde ich erstmal die Aufnahme hier beenden. Und wir machen dann das nächste Mal weiter in der nächsten Folge mit dem Gyroll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.